und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmersteinbaus heute habe ich für euch mal wieder ein set von temo hier liegen aber nicht weil ich euch temo hier groß empfehlen möchte sondern in diesem video soll es mal darum gehen anhand dieses sets als beispiel warum ich in zukunft wahrscheinlich keine klemmersteine mehr von temo kaufen kann temo überschwemmt ja den markt ist ein großer trend geworden und man muss ja auch sagen sie machen einige sachen richtig wie zum beispiel dass für einen china shop dort der versand sehr sehr schnell geht und die preise sind teilweise für bestimmte sachen auch richtig richtig gut es gibt moralische gründe warum man temo vielleicht nicht nutzen sollte es gibt datenschutzrechtliche gründe warum man themo wahrscheinlich nicht nutzen sollte aber darum soll es in diesem video gar nicht gehen und diese diskussion möchte ich ja auch nicht groß anschieben hier soll es um die klemmersteine gehen und was mich im klemmerstein sinne an temo als verkäufer stört weshalb ich dort in nächster zeit keine klemmersteine mehr kaufen werde was mich auf jeden fall stört ist dass auf den verpackungen und den anleitungen zumeist nicht ein hersteller vermerkt ist wir haben in diesem fall hier einfach eine schwarze box bekommen wir haben hier zwar ein sticker drauf aber den kann man ja jetzt nicht unbedingt entziffern hier steht einfach nur black motorcycle sonst ist das eine komplett braune box hier sehen wir schon mal kein hersteller gut das ist jetzt erstmal nicht so dramatisch wenn wir das ganze aber aufmachen dann sehen wir zum zum einen die steine auch die steine tüten neutral und ohne jeglichen hersteller und leider habe ich bei diesen sets ohne hersteller da genannt wird bei temo in letzter zeit sehr schlechte erfahrungen mit der steinequalität gemacht darüber reden wir aber hier natürlich für den einzelfall es kann ja sein diese steine überzeugen mich jetzt aber das schauen wir uns natürlich während des baus an und dann haben wir noch eine auffaltanleitung also das sondert einen ganz merkwürdigen geruch ab auch dabei haben wir die sticker okay bei dem setpreis ist das wieder eine andere sache über den preis reden wir gleich noch und die auffaltanleitung ist zumindest auf den ersten blick okay bedruckt also ich denke es lässt sich danach gut bauen insgesamt haben wir hier 32 bauschritte bis das ganze motorrad fertig ist bezahlt habe ich für dieses set übrigens acht euro was natürlich ein kampfpreis ist keine frage aber trotzdem ein mindestmaß ein mindestmaß und qualität erwarte ich trotzdem in so einem set da rede ich nicht von perfekten steinen da rede ich nicht vom perfekten baugefühl aber wenn man die steine zusammensteckt sollten sie halten auf diesem level bin ich da preislich unterwegs und selbst das wurde oftmals nicht erfüllt das einzige branding hier ist mal wieder die set nummer und zwar ist die nummer 80018-2 ich finde unter dieser set nummer leider überhaupt nichts auf irgendwelchen foren zum hersteller aber vielleicht habe ich das set auch vor verurteilt das werdet ihr gleich sehen dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen uns dann gleich wahrscheinlich mit dem fertigen motorrad wieder außer es gibt zwischendrin etwas ganz wichtiges zu erzählen und tatsächlich gibt es direkt etwas zu erzählen oh ich habe gerade die erste steine tüte aufgemacht und das zeug riecht übel richtig richtig übel also china plastik riecht dagegen richtig richtig gut also gefühlt haben sie das zeug produziert damit es richtig richtig schlecht stinkt wenn ich jetzt noch im selben raum mit meinen wellensittichen wäre würde ich an dieser stelle das set rausbringen und jetzt stinkt es hier so nach diesen steinen dass ich zumindest das fenster aufmachen werde und das bei minusgraden aber ich muss hier erst mal durchlüften lassen ich glaube sonst kriege ich kopfschmerzen von dem zeug also so schlimm hatte ich den geruch echt bei diesen sets auch noch nicht also ich muss sagen ich bin kurz vor dem punkt wo für mich die grenze erreicht ist ich habe mich gewundert warum manche steine sich hier irgendwie merkwürdig anfühlen so von der oberfläche irgendwie wie ölig schmierig ich hatte so ein ähnliches gefühl mal beim modbrick stein und dann sehe ich unter anderem diesen stein hier ich habe keine ahnung was das dort drauf ist ich möchte es auch gar nicht wissen ich werde jetzt dieses ganze zeug erst mal von meinem tisch nehmen und ordentlich waschen also wenn es nicht jetzt irgendwie für ein video wäre um euch zu zeigen was dieses themus hat kann hätte ich jetzt dieses set in den müll geschmissen und hätte es nicht mehr weiter gebaut also ich ekel mich schon richtig das zeug gerade mit meinen händen anzufassen so viel später dass es dem alten erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste so neuer tag neues glück die steine haben jetzt langsam etwas ausgedünstet ich habe das ganze auch gestern noch einmal gewaschen sie fühlen sich immer noch nicht gerade gut an das sage ich vorneweg aber auf jeden fall viel besser als gestern also es ist jetzt auf einem ertragbaren niveau und ihr wisst ich bin bei chinesischen herstellern eigentlich nicht zimperlich aber das war wirklich also das habe ich noch nicht erlebt ich habe dieses video angefangen und habe gesagt ich zeige euch warum ich nicht mehr bei themu kaufen würde da ging es mir eigentlich um man sieht den hersteller nicht oder han hat hier sehr viele teile drin wo die stemmkraft vielleicht nicht so gut ist aber das toppt wirklich alles also ich weiß nicht ob irgendwelche hellseherische fähigkeiten im spiel sind aber ich glaube dieses set zeigt alle schlechten erfahrungen die ich bisher mit themu gemacht habe auf einmal und ich habe noch nicht mal mit dem bau angefangen jetzt bin ich bereit mit dem bau anzufangen aber so wie die steine gestern waren nein auf keinen fall die hätte ich nicht noch einmal ohne handschuhe angefasst und wir sehen uns tatsächlich schon nach dem dritten bauschritt wieder und was soll ich sagen ich hatte in letzter zeit mit diesem set von themu einige probleme das steine nicht gehalten haben denn die klemmkraft war zu niedrig hier kann ich mich in diesem fall in diese richtung nicht beschweren aber in eine komplett andere denn in diesem set ist die klemmkraft viel zu hoch dagegen hat kobe eine mangelhafte klemmkraft wenn das hier der standard für normal wäre ich meine so sieht mein daumen nach den paar teilen aus und dieser daumen hat mittlerweile allein an sets die auf dem kanal gezeigt wurden 300 sets zusammengebaut und da sind noch einige die ich auf dem kanal nicht gezeigt habe gar nicht dabei also diese klemmkraft ist abnormal und das macht auch so echt keinen spaß und dann kommen wir noch zu bauschritt 3 denn dort ist sogar schon der erste fehler in der anleitung es ist zwar ein fehler mit dem man noch gut weiter bauen kann aber es wird ja eigentlich ausgegraut was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt jetzt könnte man ja bei bauschritt 3 davon ausgehen dass man hier eine schwarze 2x4er plate verbauen soll die soll man aber gar nicht verbauen die wurde in diesem bauschritt schon verbaut und wenn man jetzt nicht noch mal auf die teile liste schaut und einfach die plate dort drauf steckt ohne noch mal groß nachzudenken dann hat man schon den ersten baufehler drin und das hier mit zwei plates aufeinander von einer klemmkraft wo ein normaler stein schon beim anpressen weh tut das wäre echt kein spaß geworden also das ist nicht gerade ein qualitätsmerkmal wenn auf bauschritt 3 von so einer anleitung schon der erste fehler ist und ich glaube ihr seht so langsam warum man bei diesem set auch nicht mehr sagen kann aber hey es ist billig da kann man doch über sachen hinweg schauen ja kann man aber über die sachen die ich jetzt schon alleine nach diesem paar teilen hier erlebt habe ich weiß nicht da kann ich auch nicht drüber hinweg schauen wenn das set 2 euro gekostet hätte aber naja weiter geht und damit ist das kleine motorrad auch endlich fertig und ihr glaubt gar nicht wie ich mich außerhalb von der kamera über dieses ding aufgeregt habe aber ich würde sagen wir fangen erst mal mit den drei positiven sachen dieses sets an positive sache nummer eins ist es fertig es ließ sich beenden ich musste nicht zwischendrin abbrechen positive sache nummer zwei ist es gab keine fehltale und positive sache nummer drei ist wenn man es so von der seite betrachtet dann sieht es okay aus wir bleiben bei okay ich würde schön nicht in den mund nehmen aber die optik ist dem preis angemessen das ist aber auch das einzige was hier den preis angemessen ist und mit dem preis gerechtfertigt werden kann denn klemmbausteine sollen spaß machen und spätestens wenn so ein set überhaupt keinen spaß mehr macht ist kein preis dafür gerechtfertigt und diese grenze ist bei diesem set sehr schnell erreicht gewesen warum darauf gehe ich gleich noch ein die sticker habe ich im übrigen nicht aufgeklebt denn wir haben hier super viele sticker dabei die über mehrere steine gehen und ich habe ja gesagt ich klebe die sticker nicht auf wenn sie das zeit auf jeden fall schlechter machen habe ich auch bei anderen sets in letzter zeit so gehandhabt wie zb bei dem wangetruck deshalb klebe ich sie hier auch nicht auf die sticker sind auch diese typischen billigen transparent folien sticker da bin ich so und so kein fan also die muss ich nicht aufkleben um euch zu sagen dass diese sticker mir nicht gefallen aber warum hat mir dieses set jetzt so den abend beziehungsweise sogar zwei abende verdorben weil ich an abend 1 irgendwann gesagt habe nee ich lasse es bleiben ich reg mich zu sehr auf so bei euch das nicht zu ende ich versuche es an einem zweiten tag noch mal also insgesamt drei tage für dieses kleine set da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden dass das davon zeug dass es echt ein graus war dieses ding zusammen zu stecken ich meine ich habe euch ja schon erzählt die steine sind viel zu fest und dann ist auch die anleitung auch noch absolut schrecklich ich habe euch diesen kleinen fehler am anfang gezeigt da waren noch mehrere kleine fehler drin aber vor allem wurde dort in einem super unleerischen maße gebaut und nicht für diese steine ausgelegt denn man kann nicht über eine plate die auf einer noppe hängt und die vier noppen lang ist auf die entgegengesetzte noppe von der einen noppe wo die plate hängt währenddessen unter der plate sonst nur luft ist sachen drauf bauen wenn die steine so schwer zu verarbeiten sind wie diese steine das funktioniert nicht und ich habe das dann am ende mit einer eigenen plate unter gefüttert damit ich es überhaupt zu ende bauen konnte und solche momente hatte man in der anleitung öfter also wenn man hier nicht irgendwie noch ein paar steinchen zu hause hat oder nicht gewillt ist nachzudenken dann kann man das ganze auch nicht beenden ich wollte es aber in dem fall unbedingt für euch beenden denn wenn ich euch schon sage dieses set ist kompletter müll und deshalb kaufe ich auch keine themusets mehr dann möchte ich das set wenigstens beenden und nicht zwischendrin abbrechen das absolut gruseligste vom bau war die front sie sieht auch nicht schön aus da brauchen wir gar nicht drüber reden man würde sie bestimmt noch etwas schöner hinbekommen aber diese front ist mir beim bau bestimmt 20 mal auseinander gefallen und jetzt bin ich froh dass sie so halbwegs hält und ich fasse die nicht mehr an also das war ein absoluter graus zu bauen die transparenzteile sind in der farbe milky way geliefert worden aber das ist bei den ganzen sachen die ich mit diesem motorrad hier hatte wirklich noch das kleinste übel und ihr müsst euch mal überlegen da rede ich gerade gar nicht mehr drüber dass die anleitung so gestunken hat und die steine so gestunken haben dass ich die steine noch mal gewaschen habe und einen tag auslüften lassen habe damit es überhaupt erträglich ist mit den dingern zu arbeiten und das i tüpfchen auf die schlechte anleitung die schlechte steine qualität und eigentlich alles schlechte was wir bei diesem set besprochen haben waren noch die reifen denn die reifen sind steinhart gewesen diese felgen dort aufzuziehen war super super unangenehm fast unmöglich für mich ich habe es am ende mit einer zange gemacht denn diese reifen waren steinhart die hatten eine schlechtere qualität als sets von 1980 die die ganze zeit in der sonne standen also ich weiß nicht ob dort noch irgendeine art von weichmacher drin war irgendwas muss ja so gestunken haben aber weichmacher war es scheinbar bei den reifen nicht und damit ist schon mal klar für das set gibt es auf jeden fall keine kaufe empfehlung und das ist vielleicht noch der vierte positive punkt an diesem set man kann es auch mittlerweile nicht mehr auf temu kaufen denn auch wenn es nur acht euro kostet sind das acht euro zu viel das ding würde ich nicht noch einmal bauen wenn man mir 20 euro schenkt dafür dass ich es baue also das war wirklich eine absolute katastrophe und ich meine das ist jetzt ein absolut extremes beispiel und absoluter zufall dass ich dieses extremste beispiel jetzt in diesem einen video in dem ich erklären will warum ich temu nicht mehr zum klemmbausteinen kauf verwende hier auf dem bautisch habe es ging mir davor wirklich um eine schwankende steinequalität kein branding kein hersteller um solche sachen ging es mir bisher aber das bestärkt mich noch einmal mehr dass die anderen sachen keine kleinen ausrutscher waren sondern dass der ausrutscher ist und ich mit den anderen sachen wahrscheinlich noch glück hatte und dementsprechend ich möchte spaß beim klemmbausteinen zusammenstecken haben das hat mir absolut keinen spaß gebracht andere temus sets haben mir keinen spaß gebracht wo kein hersteller sichtlich war und dementsprechend werde ich es in zukunft lassen dort zu bestellen egal wie toll und verlockend der preis ist das hier ist nichts wert absolut nichts und einige sets die ich davor gebaut habe waren ähnlich nicht das wert obwohl sie schon sehr günstig waren ich lasse es also in zukunft auf temu zu bestellen denn ich möchte mir den spaß nicht mehr verderben lassen wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt oder andere temus jetzt schreibt mir gerne eure erfahrungen dazu in die kommentare würde mich wie immer sehr interessieren und wenn euch dieses video gefallen hat lasst mir gerne einen daumen nach oben und ein abo darum in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal